Hey Leute, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Lego Jurassic World. Ja, wir befinden uns in der vergessenen Welt. Der zweite... Ein Frosch, ey, komm zurück, cool. Der zweite Teil von Jurassic Park. Und wir haben in der letzten Folge Eddie seine Ausrüstung fertig gemacht. Und jetzt müssen wir mal gucken, was wir hier noch anstellen können. Auf jeden Fall, den Baumstamm erstmal ordentlich zerlegen. Jawohl. Oh, mal feste durch. Jetzt müssen wir wahrscheinlich Sarah Harding finden. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Müssen wir mal gucken. Kriegen wir aber alles hin, würde ich mal behaupten. So, wir hauen natürlich alles kräftig erstmal kaputt. Schießen hier wie die bescheuerten durch den Gegend rum. Ey, hau ab! Warten. Den haben wir K.O. Ja, und ist ja mal voll geil. Da hinten sind noch mehr. So, erstmal an den Blumen abreagieren. Und dann geht's los. Die Kompis sollen wir einfach verhauen. Okay, hier ist ein Riesenhaufen Scheiße. Wen brauchen wir da? Alice Settler haben wir nicht. So. Winzen und Frische. Komm mal raus aus dem Wasser. So wie wir sammeln. Äh, ja, 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 ja. Und wieder ran in den dicken Haufen. Okay, jetzt brauchen wir diesen Schlossknacker, ne? Warte mal, halt. Er hier? Nein. Er hier. Das war zum Wegschießen. Tada! Eins von drei. Den nehmen wir natürlich gerne mit. Und hier ist eine Liane. Können wir die anschießen? Ne. Okay, dann brauchen wir hier den Schlossknacker. Und dann machen wir uns mal an den Weg frei. Und rein. So was los. Oh, kommt so Gnatus. Angriff. Ey, der hat uns kaputt gemacht. Jetzt mal alle kaputt haut. Schön. Hier gibt es aber zwei blaue Punkte für. Okay. Ähm. Ian Malcolm ist dafür verantwortlich. Okay, der hat so einen Bengalen bei. So ein, wie heißt es? Bengalo, Bengalo. Benglingsbums. Hallo. Hier sind nur Pilze. Oh, cool. Sprungpilze. Hallo. Krass, wie das hier aussieht. Völlig cool. So, was ist denn hier oben noch? Auf meine Plumen. Kommen die anderen nur mit oder nicht? Oder müssen wir hier die Liane runterlassen, wahrscheinlich, wa? Dass sie hochfüttern können. Ja, ich verstehe. So, wir räumen hier erst mal auf. Was bauen wir denn da jetzt? Oh, ein Amboss. Okay. Die Affgabel, die ist beschwert. Das könnte klappen. Da kommen sie hoch. Guck mal. Super. Okay. Sind das Bienen? Das ist doch ein Bienenstock. Können wir da irgendwas machen? Nee. Okay, dann lassen wir das mal. Wie immer mit ihm hier weiter. Hier sind noch Pilze. Okay, mit Arschbombe funktioniert auch nicht. Ähm. Cool. Wir können hier hochklettern. Aha. Alles klar. Ich verstehe. Jetzt können wir den blauen... Jawohl. Hätten wir jetzt einen Dino, könnten wir da durchpesen, ne? Haben wir aber nicht. Also müssen wir hier hochkrabbeln. Okay. Geh doch. Ich hoffe, die anderen kommen jetzt auch mit hoch. Wäre natürlich schön. Ah, hier. Rollleiter. Alles klar. So. Einmal durch, bitte. Was ist? Da kommt was Großes. Ein Stegosaurus. Kann man nicht kaputt machen? Mhm. So, wir brauchen Eddie. Man kann der hier das zerstören? Nee. Aber jetzt können wir hier was zerschießen. Okay. Warte mal. Hm. Naja, es stinkt. Ich muss auch was bauen. Krass. Mit der Axt. Ja, was hat der? Fette Guillotine? Äh, ja, ja. Okay. Ja, ist wirklich eine. Cool. Was ist denn das? Spuren lesen. Socke. Wie viele Sarahs gibt es hier deiner Meinung nach? So, was haben wir denn hier jetzt schön mit? Zeig mal her. Das nächste Trampolin, oder? Jawoll. Jetzt hier noch weiter? Ist hier noch was? Was blaut? Negativ. Na? Jawoll. Okay. Da kommt schon die Stegos auf. Ja, guck mal. Können wir nicht zerstören hier, ne? Cool. Das ist voll geil. Ja, ja. Ja, ja. Hu und Ah, das sagt jeder am Anfang. Aber dann, dann rennen alle um ihr Leben und schreien Zeig. Oh, juck. Genau. Da müsstest du sie doch aber gleich auf... Ah. Ja, komm her. Ich haue euch alle platt. Ihr sollt mir nicht beißen. Ich mache euch K.O. Oh, oh. Entschuldigung, Ian. Wollte ich nicht. Habe ich mit der Hand gemacht. So. Dann schlagen wir uns mal durch die Natur. Jetzt wieder ein stinkiger Haufen. Okay. So. Kröten. Steine. Die sind halt so cool da hinten. Erst mal alles schön einsammeln. Hier ist wieder so ein stinkiger Haufen. Warte mal. Der kann hier ohne... Warte mal. Kann er hier irgendwas? Ne. Dann schießen wir uns doch gleich den blauen Ball erst mal runter. Drei von drei. Grüße wohl. Knochen. Und ganz viele... Ja, was sind denn jetzt hier? Coins, oder? Sollen noch Coins sein, glaube ich? Ne. Warte mal. Hier brauchen wir wieder den Schlossknacker. So. Und öffnet. Katsching. Und das machen. Jawohl. Schön. Ist ja auch nicht mal so hübsch. Okay. Wo geht's jetzt hin? Was sollen wir jetzt machen? Was brauchen wir? Was brauchen wir? Sie, äh, ihn hier, oder? Da brauchen wir... Da können wir hier runterspringen. Ne, wir kommen hier nicht raus. Da brauchen wir ihn. Eddie, ja. Okay, wir können da zwar hinschießen, aber es bringt nicht viel. Jetzt ist die Frage... Oh, ist wieder abgeblockt. Oh, da unten. Fotografieren sollen wir. Warte mehr. Wer kann denn fotografieren? Das macht doch er hier, oder nicht? Das sind einmalige Fotos. Sagenhaft. Genau. Ach so. Klar. Stimmt. Da ist sie doch. Hey, Nick! Was geht ab? Hallo? Hallo? Na klar. Die waren ja nicht so für sie. Okay. Das ist ein Spitzzeugauto. Na klar. Dino-Kinderzimmer. Hallo? Selfie. Jetzt geht los. Checkpoint. Oh, hier sind aber... Eieiei, die Stegos los. Schießen Sie! Sie beschützen doch nur Ihr Baby. Ah, der hat mir weggeklatscht. Oh, der haut ja richtig den Boden kaputt hier. Okay. Ich sehe hier ja nichts. Kann ich über das machen? Okay. Okay. Der soll hier bestimmte Dinge... Komm, der soll dich hier kaputt hauen. Komm, dreh dich her rückwärts. Komm, Rally fahren hier. Komm, 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 komm. Komm, hau gegen dir. Hau mal richtig... Ja? Noch ein bisschen weiter rüber. Jawoll! Na siehst du? Geh doch. Klapp doch mit dir. Uiuiuiuiuiuiui. Jawoll! Die Musik und Urheberrecht. Au, jetzt hat er aber richtig verhauen hier. Eieiei, was ist denn hier los? Okay. Ähm, da, wir haben Dings nicht da, ne? Alan Dran brauchen wir auf jeden Fall. Ich will ja alle Dinger mitnehmen. Du kriegst aber ja schon den Arsch voll hier von dem Viech. Ich sag dir. Ey, das hat er da wieder kaputt gehauen. Nein! Jetzt haut er da wieder kaputt. Fertig! Der Stegosaurus ist wütend. Warte mal. Hier. Den Baum? Komm, haut zu. Komm her, Junge. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Los, komm rückwärts ran und haut zu. Trau dich. Tada! Ey, geil! Der haut ja wieder alles kaputt. Verdammt, wie machen wir das? Wir müssen den irgendwie ablenken, oder? Hier haben wir so ein Bernstein-Ding gefunden. Oder wir müssen den wirklich ablenken. Der kann für dich sein. Wir müssen einfach mal gucken, wie wir hier wegkommen. Wir können auch gar nicht... Er kann nicht auf Eddie wechseln mit seiner Pistole. Das geht leider gerade nicht. Schade. Los, bau schneller. Kann nicht was? Wir können darin krabbeln. Okay, und jetzt? Jetzt ist sie kaputt, die Gang. Okay. Hier wo nur eine bestimmte Anzahl Leben kann jetzt sein. Warte mal, von Eddie müssen wir hier ein Foto machen. Richtig? Tada! Oh. Ist ein bisschen bedremmelt. Äh. Aber... Okay. Da ist das nächste Baum-Ding, wo wir wahrscheinlich rein müssen. Das ist weg hier. Warte mal, hier ist noch... Eine Münze. Komm, Mädchen, komm. Ist ja voll ja außer Rand und Band, die Vieche. Nein. Maa. Los, lock ihn weg. Schneller bauen. Bevor er zubehaut. Komm schon, komm schon, komm schon. Ja. Äh, warte mal. Sie soll da rin, oder? Es hängt ja da dran fest. Cool. Na, warte mal. Warte, 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 warte. Ein Foto, bitte. Wieder außer Effecht. So, jetzt kommen wir aber raus, oder? Okay. Da ist die nächste Baumstamm-Tonne, mehr oder weniger. Ja? Na, ist aber... Hier ist doch richtig weit los, aber. Okay, eh ein Leben hat er noch. Mach ihn, äh! Ja! So, wenn wir uns hier drin verstecken, dann haut er sich da ran fest. Dann können wir ja hiermit jetzt schnell ein Foto machen. So, da haben wir das. Na, siehste. Zack, 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 zack. Voll cool. Feuer! Feuer in unserem Lager! Oh, oh. Stimmt, da war ja was. Lecker, Wuas. Nein, Wasser erzeugt nur Wasserdampf. Nehmt Erde. Wie hat das Feuer gemacht? Ich wollte euch nur was zu essen kochen. Hi, Fanny. Bin auch dabei. Es sollte fertig sein, wenn ihr zurückkommt. Genau. Oh, Kelly, Kelly, du hast keine Ahnung, was hier los ist. Macht er das dann mit dem Grill. Was ist wirklich die ganze Zeit im Trailer? Die Fastmaschine. Das kapiere ich nicht. Da steht ja Ingen an dem Hubschrauber. Feuer für Helmut Dax. Warum schickt Heimann zwei Teams her? So, Isla Sauna, Leute. Voll geil. Mit den Stegos. Hat Spaß gemacht. Und die Compto Gnatus haben uns auch verprügelt. Aber wir haben das Rätsel gelöst. Sehr, sehr schön. Jawoll. Und die Musik. Es ist so der Hammer. Also ein paar Videos haben schon hier... Oh, hier bei rechts bla bla bekommen. Hier claim wegen hast du nicht gesehen. Zwei von Zehn. Mal gucken. Hier wird es wahrscheinlich den Stegos ausgeben. Eddie Carr. Wann haben wir noch? Ian Malcolm. Isla Sauna. So. Nick Van Oan. Sarah Harding. Carlos freischaltet. Du hast ein Carlos. Ach, irgendein Doc-Arbeiter wahrscheinlich. Oder? John Hammond. Na, siehste. Isla Sauna freischaltet der Elende-Waggon. Okay. Dann der andere Elende-Waggon. Und Van Owens Van. Van Owens Van. Genau. Und der große Bus. Was mit dem? Den haben wir... Oh, ja. Das ist sehr, sehr gut. Ein Dino. Ja, Mann. Stegosaurus. Total cool. Jetzt haben wir einen Tricera-Tops und einen Stegosaurus. Ist ja schon mal nicht schlecht. Fehlen halt noch ein paar, ne? So eine Dinger war ja nicht gefunden, oder? Level abgeschossen. Schön. Die Schichte fortsetzen. Beim nächsten Mal, Freunde. Hat Spaß gemacht. Ich sage viel, viel Dank für die Zuschauer. Bis dahin. Mach keinen Quatsch. Und René Haut. Ich sage viel, viel Dank für die Zuschauer.